Heute sind ich aus Amster, weil ich kann auch sagen, dass Pritchard Left Berth bescheißt, auch irgendwie auch von Religion und die CMV. Da sind wir dazu in jedem Beschwerdenzimmer, von dem es dann auch Freitag anbauen wird, ist ganz so groß. Ich muss dazu sagen, dass wir einen Ministerang wollen. Ich muss dazu sagen, ob ich es schon gut bin. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.